liebe freunde des guten geldes sound rentriker hier die youtube schön für spaß und finanzielle freiheit heute habe ich ein geschenk für euch mit dem sound heute aus der hajda bernon marcus revolta cooler hund gefällt mir der typ motivationsredner rapper unternehmer heute gibt es ein geschenk von 167 euro dollar 167 dollar geschenk für euch was müsst ihr machen gar nichts paar videos anschauen fragen beantworten bei coinbase coinbase ist meiner meinung nach für die die großen coins bei nix hat zig mehr coins aber coinbase ist die beste plattform für so beginner ich gehe rein will mir betren kaufen ich gehe rein in ethereum kaufen ich gehe rein wie mit changing kaufen alles kein problem bei coinbase und kommt es geht bald an die börse und da würde ich auch investieren aber jetzt hört mal zu 167 dollar ihr geht auf coinbase.com unter dem video findet ihr den link coinbase.com da mache ich jetzt kein screencast tomatik weil das sieht dann scheiße aus und ich kaufe mir auch ich verspreche ich kaufe mir bald eine kamera damit man das besser damit man mich besser sieht in den filmen geld ich will ja ich will ja dass man mich besser sieht in den filmen sei kein punkter das habe ich verstanden und dann scrollt ihr etwas runter bei coinbase.com und da steht verdienen sie bis zu 167 dollar an kryptowährung und dann erfahren sie wie bestimmte kryptowährungen funktionieren und probieren sie die einzelnen kryptowährungen aus legen sie los mit dem verdienen dann gehst du und dann kurs starten die graf der erste coin heißt die graf den habe ich schon gemacht drei dollar verdient habe ich jetzt drei dollar dann kommt maker und da komm mal verschiedene coins 6 dollar 6 dollar 59 dollar im compound kannst du verdienen keine ahnung wie viele videos du da anschauen müssen was du beantworten musst aber auch wenn du was falsch beantwortet du kannst ja immer wieder zurück das ist ja kein dass du das ist ja kein test sondern die wollen dass du diese kryptowährung kennenlernst stellar lumens filecoin band protokoll algorand kaiba network orchid tesos die eos sie cash basic attention token and crx so wurde das gemacht hast hast du 167 dollar verdient in diesen coins diese coins kannst du dann umtauschen in euro und das geld zu dir nach hause schicken oder wenn du schlau bist es hat dich ja nichts gekostet nur ein bisschen zeit dann nimmst du diese 167 euro kauf sie für die hälfte bitcoin für die hälfte ethereum und lässt es liegen und partizipiert an dem brutalsten markt der welt ohne risiko und wenn du dann was kaufen möchtest dann auch unter dem video link mein empfehlungs link wenn wenn du den benutzt bei coinbase bekommst du zehn euro zehn dollar also acht euro in bitcoin geschenkt und ich auch das ist geil also wenn du über mein link auf hast du schon mal acht euro in bitcoin geschenkt du es aber 100 euro ausgeben für den kauf und das warst du einmalige zahlung kein mlm kann kein bullshit also coinbase und kommt es geht bald an die börse und das wird auch meiner meinung nach als aktie also das war mein geschenk heute an dich haut rein macht's gut und